Als es in der nächsten Woche kommt, dann ist es so. Sie werden auch in den letzten Wochen zusammengebracht. Dann ist es so, dass die hier schon mal so einfach aufgenommen werden sollte. Jetzt ist es so, dass die Ehe noch nicht mehr so ein bisschen machen. Dann ist das mit der hier in der ersten Woche. Dann haben wir die Ehe-Site nach oben. Ich hab schon ein großer Füße. Ich glaube sie auch. Ja, wir haben die Musik hoch. Und wir haben die Ehe-Site. Ja, so viele Sachen habe ich dafür schon gemacht. Ja, ja. So, guck mal so. Was? Ja, guck mal da mal. Ja, guck mal da mal. So, guck mal da mal. So, dann. Oh, na was? Einfach reinnehmen, oder? Ja, ja. Und dann anstoßen und dann das Nase runterfallen lassen. Ja? Und auf Ex trinken. Moment, ich muss das... So, kein Mann. Ist das eine Katze? Ja, genau. Dann stoßen die Ehe nach, und dann lässt du das Nase wieder auf Ex trinken. Okay? Okay? Okay. 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 Guck mal. Ich möchte nicht so gut. Doch? Extra. Extra. Mata. Genau. Ah ja. Sie trinken ja zusammen. Schwierig. Ich muss sie auch auf den Schenken. Ja. Ja. Das schmeckt überhaupt nicht. Das ist warm. Oh. Ja. 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 1,2,3... 1,2,4... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.